hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme vom god simulator 3 lustige dinge mit dem leon hallo leon wer da rausgewürgt ja wir sind wieder zu zweit endlich gut das portal haben wir schon immer portale kaputt machen was passiert jetzt eigentlich haben wir das letztes mal das noch geholt ganz viele belle haben schon den alten spass wieder ja wir können kindergarten und in der schule ganz viele kinder betragslehrer gemacht wie einst drücken ja gut hört sich bei der ziehe hört sich bei deiner anders an ich will deine ziege auch noch mal haben hinten wackeln sitzen gemütlich glücklich ok wir müssen einfach die ganze zahl die fallen echt um wieso geht hier das tor aufräumen ok es ist sehr sehr lustig zeige ihnen eine grosse doku mit was man ja genau weil die tür aufging musste man den fernseher rausnehmen ich habe ein zicklein ja aber ich bin jetzt ein zicklein ich bin ein kleines baby zicklein oh wie süß cool ich habe einen bettensattel ja was ist das was ist das das ist ein kristall boah geil hey wir können schlitten ich fliege nein wir sind einfach zu leicht zu schwer losig also wir spielen jetzt den zicken simulater nochmal das war ich schon aber immer einer der grünen portal du ist immer wieder herumgeschleudert ich kann nicht mal richtig stehen hey ich bin jetzt richtig verbaut okay wenn ich will dieses zicklein ist zu klein ja es ist zu klein ich werde sie bald wieder wechseln aber hier habe ich auch noch mal ein paar genau es macht so viel spaß schon den ersten paar ja genau das ist die banane das habe ich im ersten paar taschen gefunden aber wir sind gerade im falschen ort ich habe ein feuerwehrauto ja jetzt so wie meinen die einparken ja wo gibt es eine feuerwehrpark äh muss man das zwischen roten ich weiß gar nicht wo ich schaue sonst mal auf der map oder so dass ich irgendwie ne das ziegenturm hier ist in der nähe ein ziegenturm irgendwo oben wahrscheinlich da ne ne das ist nicht ein ziegenturm ah vielleicht da ins gelbe einfach da ins gelbe rein ok das ist ein bisschen kleiner als das feuerwehrauto überhaupt ist ich glaube ich muss quer ah aerotruck simulator 2 feuerwehr simulator also es ist eigentlich immer der nähe damit man es versteht ja und jetzt noch ein bisschen rüber das muss ganz auf dem gebensel ja sehr gut wunderbar siehst du ich habe einfach einen mitspieler der leon der macht alle missionen für mich ich muss einfach gar nichts mehr instabilität erhöht tap um fortschritte zu sehen oh geil ja wir müssen ja die fünf infinitive stones holen gott 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 in the stones oder so wie sie heißen ich tue mich jetzt ich tue mich jetzt dago können wir nochmal zu der einheit zu dieser einziege also für diesen äh skin jaja ähm ich wollte kurz das ding holen die gott der der turm der muss hier oben drüber sein irgendwo brauche ich den brauche ich doch auch ja hier ist eine gott statue dabei kann man ich habe sie jetzt eingesammelt 6 und 20 habe ich schon im ersten und zweiten war muss ich umwandeln hey der zug kommt auch aus einem kristall portal raus wie geil alles ist ja ist da hier oben dort gut was hast du jetzt gemacht also die cartoon ziege ist viel besser die kann man viel besser stellen ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch wie bist du hier bei mir hoch bei mir hoch kommst du hoch durch das trampolin äh durch den ventilator unter mir ist ein ventilator genau unter mir hier auf der anderen seite nicht dort hoch ich kann noch hier hoch ja könntest du auch und dann rüber ich bin uns in die map gefallen ja es passiert leider öfters das ist irgendwo durchglitscht das ist einfach die engine die physik engine die hat ja ein bisschen katastrophäen ist also andere ist super mega gut aber die physik engine ist katastrophäen so und hoch mit uns und alles tut ab ich kann da nicht grinden ok ist irgendwann ventilator wie kann ich jetzt den turm aktivieren die erd hast du was doch hä der turm geht dann ich muss irgendwie den blauen synchronisieren ich muss irgendwie aber vielleicht einfach das noch jetzt geht's also bei dir unten geht's ja ich hab's synchronisiert ja hier ist der spielplatz wieder zu sehen hier können wir malen jetzt können wir mal zusammen malen gehen was synchronisierung beendet hier ist ein rift ja schauen wir mal ganz viele leute fallen mit dir runter ich bin wieder unter der map in welchem game war das das auch im pc da glaube ich oder irgendwo ah ja genau ähm captain marvel vor allem aber ah bei super mario galaxy war's genau ok wo ist jetzt dieses eine was wir vorher gesehen haben ähm cleaning in pro äh cleaning in progress wir putzen was da warte kurz äh wo bist du jetzt da unten also was wirst du jetzt äh den cartoon skin holen ja holen ok ähm ich muss mal kurz schauen ich glaube es war hier vorne und dann gehen wir hier links und dann hier ist der spielplatz aber irgendwo hinter ne gibt's dieses malen dieser malen also hier ist dieses gebäude ja mit dem roten ding also müssen wir hinter das gebäude hier habe ich auch schon mal irgendwas ach danke schon sehr nett ah der ball ok der ball mit dem kann man also man kann sie wirklich hoch gehen und ihn steuern äh das ist ein bowlingkugel hier unten links ja so gehen wir noch zur sonne dann boah wie du möchtest der ball ist halt wirklich ein bisschen gummialli also einfach mir folgen ich suche schon mal den pinsel wir unbedingt das kurz mal mit dir spielen und für die community kann mich doch zu dir tippen oder ja ja aber eben ich geh mal schon mal schauen vielleicht hier ja hier ist der pinsel ok einfach auf der anderen Seite also nicht bewegen ja ja man das sieht immer so hässlich aus wie die ziege hier also weißt du diese skin menschenskin ne also was müssen wir machen kopf klatschen teilnehmen und jetzt was müssen wir machen kopf klatschen hä sagt uns gar nichts headbang versetze dinge in kopfstoß und sie zu kohle ja eben es ist wirklich dieses anmalen zeugs voneinander was ist das für psycho ich muss dich anmachen ja ich kann mich anmachen ich kann mich anmachen nein ich kann mich anmachen ich hab dich markiert aua hey du bist böse nein du bist hey ich will auch alles ich will alles grün hallo nein ich wurde geflägt nein hey ey das ist böse weil du kannst alles wie wessgrün machen alles wieder ein klohaus ey wieso geht das nicht ich bin voller blitz ich kann nichts malen man wenn ich voller blitz bin ja wo gibt es noch gegenstände hier man das ist so oh headbang ist so dumm also das wird nicht prononciert ständig kannst du irgendwie die sachen malen und ich nicht weil ich irgendwie nicht headbangen kann mit dem blitz ok es ist halt immer ständig blitz ich weiss nicht ich bin immer loser bei solchen spielen bin ich immer loser ne ich bin der loser ja ok sieht einfach so aus als ich finde hellgrün ist einfach viel besser sichtbar das sieht so aus ok 22 gegen 10 so hoch ich hätte jetzt gedacht ich würde ganz knapp gewinnen und er verlieren Agostio hast du hier oben die goldstatue ähm noch nicht wahrscheinlich ich will noch nie wach du bist jetzt ich seh dich nicht hier oben drüber goldstatue nein komm mal da oben wo ah da und jetzt wo ich sehe keine goldstatue dann hast du dich schon eingesammelt hä man die ist genau da wo du stehst ja dann habe ich sie im ersten paar eingesammelt aber ja das event konnte ich ja nicht starten alleine ja ok dann habe ich sie eingesammelt also jetzt gehen wir zur sonne ich habe ein pokal ich habe ein pokal ich habe ein pokal ok ah ja das ist meine also der drop der sieger halt ja das sind die hauptspiele auch schon immer so gewissen ich habe so wenig multiplayer hauptspiel gespielt immer nur mit dir ich brauche ein paar freunde die epic ey was ist das hier vorne ja ich bin noch weiter ich wollte nur zur sonne gehen und schauen was dort los ist wieso gibt es denn eine geile sonne ah hier geht es auch ok boah sonst sind sie hier echt wieder zu dir hoch telefonieren was ich will den ball hier ich weiß ich will diesen ball hier hm hier ist auch ein portal wo führt das hier oh geil das führt uns führt mich durch den kristall um den kristall ich bin glaube ich auch vom kristall schon ja ich habe eine goldstatue hier ist der infinity gauntlet ich habe eine goldstatue hier bei mir ähm ich komme ohne teleportieren aber ok leuchtturm es ist so geil also was für wo habe ich das auch schon angesprochen hä bei mir ist hier gar keine goldstelle mehr ah sorry ich wollte eigentlich die person aber auf dem leuchtturm ist irgendwas auf dem leuchtturm ist noch was ja aber ich das ist keiner ding ja das ist irgendwie besonders ist das so ein ding stern meister von super mario das ist wahrscheinlich nicht nein knapp habe ich es nicht geschafft hm ich glaube da muss man auch oder von hier ja ja ich habe eine statue ok aber ich komme hey ich kann oben gar nicht bleiben ich habe keine kollision ich habe eine seifenblasenmaschine ok ich habe es zerbrochenes relikt insgesamt eins von zehn und wo ist das geschafft ich bin einfach hoch gelaufen du musst nicht hüpfen nur laufen also was hast du hier ah geil ich bin unser leuchtturm der seifenblasen der seifenblasen und wie ist das mit f ja ich habe eine seifenblasen aber einfach hochlaufen kannst du doch gar nicht hey du kannst leute mit seifenblasen nach oben steigen hier ist eine coach tatue ja die meinte ich auch noch ja und ja du musst einfach so ein bisschen einfach am anfang hüpfen und dann einfach nur noch hochlaufen ja genau noch weiter ah du musst ein bisschen schneller sein du musst einfach ein bisschen mehr anlauf nehmen und weniger hüpfen ja ähm blaue fässer ölfässer ja ölfässer ja können Öl ne Ölverschmutzung machen ja was kann man eigentlich mit diesem fisch machen einfach rumboxen ich habe eine statue ich kann auf den fisch hüpfen hey guck mal schau mal ich kann auf den fisch hüpfen oh ich kann auch weiter ah so kommt man hoch mit dem fisch kann man hoch auf den leuchtturm und hier ist eine statue schon wieder zwei statue ja ich habe auch gleich noch eine gefunden noch eine ja hier vorne direkt du hast gute Augen so hier vorne what the fuck drei statue ich habe von 10 Meter boah das ist wieder so süß ja ich habe es mal das erste mal ey und ich habe noch ein video gesehen mach mal einfach mal gar nix ich rede weiter aber mach nix guck mal hier da oben ist auch eine statue ich muss hier hoch an welches spiel erinnert sich warte 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 ich hole mir die auch mann wie schnell der ist der was ist das überhaupt der rollt irgendwie sogar guck mal an welches spiel erinnert sich das hier dieser baum animal crossing das ist ein ich habe noch eine statue hey ich kann irgendwie schlagen vielleicht kommt irgendwann mal ich habe noch eine statue nööööpfe ja ich weiß ich sehe es hätte auch hier das geld ja aber ich da kannst du nur eins sammeln also nicht also nicht aufnehmen oder man muss hier auf den oder man muss hier vorne oder man muss hier irgendwo eine quest annehmen ja kann auch sein aber komm wir gehen jetzt einfach direkt zur sonne müssen wir sehen wo die ist ey das ist so geil gemacht noch eine gute statue bei mir ja ich sehe es da vorne ey hier ist ein karton game karton game und hier ist ein vogelhaus also das karton game können wir später machen das ist ja wahrscheinlich so ein heiden sie also so was du gut untertan musst ähm ich will muss mal so ne da oben sie ist gleich in der nähe komm und in meine richtung ich weiss ja ich weiss ich wollte sie auch füllen hier ist hier ist noch nicht hier ich habe die statue schon wieder ja die habe ich ja ja so 7 von 20 ja eben das geht so schnell es ist schon geil es ist schon geil aber es ist fast wieder ein bisschen zu schnell alles ja dankeschön hey ich bin wieder unter fast unter der ok was ist mit dieser star das ist die sonne eigentlich aus super mario bronze 3 ich habe eine statue ja ich habe einen riss ja schon wieder eine statue ja es ist es ist ein bisschen einfach zu dicht die entwickler hätten sich mehr entfalten mehr zeit nehmen sollen boah direkt auch wieder ich habe irgendwie durch das spiel also das so das let's play mega die steuerung auch wieder gelernt oder man muss einfach viel mehr spielen die spiele mit anderer steuerung und gamepad steuerung und so also hier ist der riss wo ich bin ich wette mit der sonne passiert irgendwas wenn wir den riss mini spielen ja ich meine es eine gold ein turm ist denn da wo ist der turm siehst du das gerade siehst du die animation ne wo ist das ich habe gerade irgendwas aktiviert ok bei dir irgendwo ich sehe dich nicht mehr wo du bist ich bin gerade eine animation drin aha das ist ein bisschen ich sehe nochmals eine gold statue auf einem berg auf einem grönen berg da ist ein einzelnes haus ist das von oben ist das ein haus das liegt hm ok ich höre nein ich höre ah die sonne du bist in der sonne drin gewesen oder so die sonne ist auf mich gestürzt ich habe die sonne ich habe die sonne erschlagen ja und ich die sonne ist auf mich gestürzt jetzt bin ich in der sonne drin und ich bin unter die map gefallen ich bin unter der map ich laufe in der map ich muss zu dir teleportieren ich komme sonst nicht hoch wie geht das schon wieder auf der auf der mini map lauter nachbar ja wo bist du hm da die map ist aber richtig gross trotzdem ich habe eine statue komm ich habe eine statue ja ja aber auf einem berg ist da auch noch ein wo aufpassen oder oh gott sie sind gleich auf mich geflogen dankeschön dass du mich ablenkst oh koffi äh flügel wir müssen hier irgendwie reinkommen ja das ist der gates wenn es so von donald da ey ist ich ja ja ich habe den kopf an nein ich komme mich hoch ich bin zu wenig schnell man tut doch einfach normal landen oder so wie soll ich jetzt hier hochkommen wenn die wenn der mannwurfs ist jetzt ja jetzt und ja sehr gut ja wir müssen jetzt wir müssen jetzt aufpassen dass wir nicht von diesen händen erwischt werden nein danke dass du das spät sagst und so langsam ja rein rein yeah ein oh voll münzen geil komm ich spiel mir ein bisschen so und jetzt kommt sicher irgendwie etwas los oh maximal verletzung geil das wollte ich schon immer mal in der hausklasse auch geil ich habe die comic-ziege ich muss mich zur normalen ziege machen und dann muss ich noch mal das ausrichten die hörne cartoon hörne mache ich kopf die halsklasse die habe ich schon an ja hier ist so ein forskissen hallo ich bin verletzt ich bin schwer verletzt ich habe ein dings das ist eine statue wo ich will aber diesen berg noch mal diese gut statt hä was denn denn wie ich hier sie sind so schnell auf dem haus irgendwie was du musst auf das haus ja wie kann ich auf das haus hier mit diesem kissen das da unten liegt ja ich muss auf das kissen einfach mann ich will doch auch am besten cool wo ist das kissen jetzt oder komm einfach her hinter dir mit dem ding wenn ich las mit dem hier ich kann nicht sagen es ist schön nein jetzt wirft mich jetzt schlagt mich jemand weg ja und wie klinik boah das also von der steuerung her schon ein bisschen stressig und du musst doch sprinten automatisch automatisch springen also sprinten und da sprinten und dann auch das auf jetzt hört auf npc es macht keinen sparten ich gehe woanders hoch es ist einfach zu wenig kraft du weisst ja wo die statu ist aber wo ist das küschten also das was ist hier sonst gehst du hoch wenn es du besser schaffst und auf den schirm vielleicht auch so ich habe die statu jetzt gehe ich mal ins grüne portal oh ich bin ganz oben hey sie ist ein vogel da habe ich da habe ich da habe ich da habe ich eine bombe drauf geworfen und dann ist die sonne umgebracht deshalb ok du bist hier hoch ja das ist noch interessant was also jetzt gehen wir zur sonne wieder und hinten dran ist auch eine goldstatue warte mal und was ist das für ein vieh ist das sonnig das ist sonnig das ist ein igel sollte sonnig dastehen der rollt hier ist eine wütende wolke ja machen wir das aber später und so ja ja machen wir das später das ist auch eine mission komm mal erst mal zu mir bitte also wir sollen nicht so viele anfangen weil es macht ja später mehr spass wenn wir die sachen nach wissen wo sie sind und dann so macht ok das ist ein bisschen schwieriger hoch zu gelangen wo bist denn du hier hinter der sonne dein namen ist überverpackt warte oben aua in der falle in der mäusefalle jetzt so geil ich habe eine mäusefalle zum mitnehmen also hier oben ist eine goldstatue hey das ist so geil das macht so viel spass tschüss hast du die goldstatue sicher ja ja nicht doch habe ich habe gesagt ja ja hast du gesagt ähm ja was gibt's nicht lustig ich will mir mal die sonne angucken ja mehr als acht oder weniger als acht minuten und so also das ist so viele tolle sachen das ist unglaublich so ein spiel muss halt immer weiterentwickelt werden ähm da habe ich irgendwas gummiart viele sachen sind auch noch nicht so klar was hier irgendwie darstellen sollen also das ist crash bandicoot hier mit diesen fesseln mit diesen roten äh kisten das ist crash bandicoot festlauf okay festlauf da muss man irgendwas hier rantun verbinde die drei ah oh mein gott hier müssen die stecker hin aha hast du einen stecker gefunden ich weiß wo einer ist okay dann soll ich noch die anderen stecker ist das ein stecker ah das dikter oh ich liebe dikter hm hier muss doch irgendwo ein stecker sein oder wie sehen sie aus einer ist verbunden einer ist verbunden amerikanische stecke mit zwei Köpfen nee das sind hier quater nein runtergefallen ich muss doch irgendwo in der nähe einer sein weil ich hier oben wo ist noch einer ähm hier geradezu also wo ich hier bin da oben siehst du ganz oben nein hier vorne welche vorne mhm hattest da oben ja 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 ich glaube ich habe gerade eine statue gesehen ja aber gut gut ich habe irgendwie die übersicht wegen dem großen monitor nicht so du bist einfach irgendwie besser beim schauen oder beim krasen und hier ist das ding ja dieses stecker ok oh nein wenn man einfach kurz vorher noch ein bisschen ding verliert ja ich bin oben ja ich bin oben und wie ähm schlecken schlecken und dann nach da vorne dring ich würde dir empfehlen folg mir ja ich bin ein bisschen schwerfälliger mit dem stecken ja ich bin ein bisschen schwerfälliger mit dem stecken ich stecke irgendwie fest so jetzt du 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 ich bin unböken genau ich bin hier rein ja herumspacken da muss irgendwo links noch einer sein vielleicht dort oben praise habs 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 Und jetzt passiert was? Aussprechen. Boah, wie bist du den ganzen Weg hierher gekommen? Komm, wir müssen uns hier rein. Du hast irgendwie einen Bug ausgelöst? Und dadurch bist du... Du bist einfach so ein Objekt. Du wurdest zu diesem Objekt, das reingefallen ist. Eine Reinfaus. Hey, Spongebob? Du bist einfach zu Spongebob geworden. Hey, wie geil! Also, deine erste Skin freigeschaltet. Reinfaus. Das ist einfach Spongebob. Spongebob mit einem Bein, das an einem Ort ist, wo es halt ein bisschen männlicher ist. Okay. Ist hier irgendwo eine Mine oder so? Es sieht so aus. Ein Geheimgang. Also was ich weiss, es gibt noch eine Mining Dimension, wo du Kristalle minen kannst. Aber sonst... Sonst weiß ich nicht so viel über das... Also Reinfaus ist wirklich toll. Ey, hier vorne ist doch was. Was? Fussball. Ich will jetzt nicht Fussball spielen. Doch, ich spiele jetzt Fussball. Nee, Hufball. Hufball? Ja, Hufball. Meine Güte, es ist ja eine Hufe, was die Ziege hat. Es ist Hufball. Nein, aber mein Charakter hat keine Hufe. Gottstat... Ja, ja. Hier ist auch eine Gottstatue bei mir. Ja, ist ja die dich meiner. Ja, wow. Über meinen Standort wird nicht geplappt im Let's Play, gell? Oh, nachher gleich mal wieder mega langer Livestream. Sehr schön. Oh, guck! Schlimpfe, oder? Komm mal. Hier ist Schlimpfe. Schlimpfehaus. Schlimpfhausen. Mach kaputt, mach kaputt. Warte kurz. Das ist die Quest. Ja, aber der will rote Zwerge irgendwie demonstrieren. Okay. Das ist die Quest. Du musst die kaputt machen. Ja, ja. Geil, wir haben Schlümpfe besiegt. Wie kann man die kaputt machen? Okay. Einfach dagegen schlagen. Mehrmals aber. Und ich habe einfach nicht so gut getroffen. So nah. Nein, nicht dich. Komm, wir kämpfen einander und werden wir kaputt machen. Oh Mann. Nein. Die Steuerung schon wieder von diesem kleinen Zwerg. Und jetzt? Ja. Jetzt werden wir zum Schlumpf. Oh nein. Rest in Peace, Schlumpfenhausen. Ey, guck mal, was ist das hier unten? For sale. Das ist auch von einer Comic. Unterschreibung. Hast du das Kleingedruckte gelesen? Das haben wir nicht. Aber das Garagentor? Nein. Drago, wir müssen jetzt eine Million Glocken-Dings zahlen. Komm, wir gehen einfach wieder zu diesem Tresor. Ne, wir müssen ja diese Animal-Crossing-Säcke. Naja, ist schon klar. Aber wie heissen die Animal-Crossing? Sie heissen doch irgendwie die Währung. Sternis. Sternis, genau. Und du kannst auch Dinge, du kannst auch andere. Du kannst auch andere Leute. Ich habe eine Gold-Statur. Hey, wir müssen unbedingt mal live streamen Animal-Crossing. Nein. Einfach mal live streamen. Ich habe eine Gold-Statur. Warte mal. Hey, wir sammeln einfach mal zuerst die Gold-Statur und dann machen wir die Quest. Wo? Da. Mann, ich sehe die so schlecht. Hast du sie eingesammelt? Ja, aber weisst du, mein Monitor ist so gross, dass alles so mega unscharf ist. Ich muss unbedingt auf 4K aufnehmen. Ah, liebe Zuschauer, gönnt mir ein bisschen mehr gehört. Ich bin der zweite Grafikkarte. Ich bin der ganze Kuppel der neue PC mit zwei Grafikkarten. Und stellt mir bitte den ganzen PC ein. Bitte, bitte. So, wir haben 2857 geworden, den wir dann irgendwie kurz mal beenden. Hier ist ein Item. Eine Kiste. Komm, ich sammle noch das Item ein. Ein Rucksack. Fuck, mehr Überraschung. Okay. Jo. Hey, ich habe doch eine Halskrause, aber ich bin einfach die gesamte Halskrause. Ist mir gar noch nicht aufgefallen. Müssen wir beide zusammenhängen? Was? Nein, nein, nein. Warte mal. Ist so geil. Ich kann einfach Sachen schiessen. Aua. Was müssen wir genau nehmen? Ich nicht. Nö. Ich habe doch was gefunden. Ich habe doch was gefunden. Einfach hier explodieren. Was hast du noch gefunden? Du findest immer alles, weil du einfach so eine gute Graf, äh, scharfe Schäfikkräfte. Ich habe einfach keine guten Augen. Nein, ich bin einfach überfordert. Ich sehe so viele Details. Ich tue auch so viele Details auf. Ich habe ein zerbrochenes Relikt gefunden. Okay, und... Ah, das habe ich ja auch schon eins gefunden. Okay, ich glaube, ich sammle das auch noch ein. Was ist das hier? Ja, ja, ich muss das auch noch ein. Toxic. Und dann... Nein, du musst hier oben hin. Das ist... Das ist... Du musst hier oben. Das Spiel befordert mich ein bisschen. So. Wenn ich das halt immer direkt machen will. Und dann hier rüber. Und dann hier... Nein! Du fällst mich! Nein! Oh mein Gott! Hier bin ich nicht hochgekommen. Zu zweites Spielen ist ein bisschen mühsam. So allein. Weil mir gegenseitig sich kaputt mehr. So. Hindert. Gut. Ah, also zwei von zehn. Okay. Und in dieses Portal können wir eigentlich auch noch versuchen. Ey, da oben ist so ein Nuklearding. Wollen wir da rein? In dieses grüne Portal oder was meinst du? Ja, ja. Okay. Komm. Warte mal. Ich will... Ich muss irgendwie hochkommen. Ja. Okay. Machen wir kurz ein bisschen länger. 31, 10 oder so. Wiese. Muss ich ja auch nicht mal schauen. Einfach beenden, wenn wir fertig sind. Die Zeit geht halt wirklich langsam vorüber. Aber du schaffst so viel schon. Also ich... Ich falle auch... Radioaktiv! Radioaktiv! Äh, was bist denn du? Eben. Ich bin nur dieses Halskrause. So gross. Ähm. Gefärbt. Ich kann wirklich Spongebob werden. Einfach gelb. Ich hab ne Statue. Aber... Ja, warte kurz. Einfach kurz warten. Ich bin Spongebob. Wo ich dich da tue. Darum. Danke. Und das Portal auch noch machen? Äh, ja. Ich will dir mal ganz kurz meinen neuen Characters zeigen. Ja, ja. Ähm. Warte kurz. Ich muss einfach die Sachen durchsetzen. Das alles uns... Ein paar kommen. Schon wieder Öl. Okay. Du hast Lila. Ähm. Jetzt mach ich aber das andere. Äh. Wo ist denn? Ich hab noch... Wo ist denn diese Strahlen ähm Ding ähm... Ich hab was gefunden. Ich hab zwei Sachen gefunden. Wo ist der Radioaktiv? Weiss ich nicht. Hä? Empfohlen? Ähm. Ich hab... Wir haben irgendwas mit Radioaktiv bekommen. Aber ich weiss nicht wo. Ich hab noch was gefunden. Vielleicht ist das nur ein Achievement und ein Status. Aber kein Skin oder so. Ich könnte Kawai... Ah. Kawaii hast du gehört. Ich nehme die Ente. Ich bin jetzt eine Ente... Ente gut. Alles gut. Ich hab noch was zwei Sachen gefunden. Part ist gut. Part ist zu lange. Aber nur kurz. Gell? Ich will den Part nicht zu lange halten. Nehmen wir gleich noch einen auf? Ja. Äh. Nein. Ich hätte heute. Ich hab sonst wirklich zu lange. Also dann ist meine Festplatte wieder zu fahren. So. Dankeschön. Okay. Das ist genug. 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 Pause. Rüber gehen zu GTA Online und Livestream. Tschüss zusammen. Dankeschön. Und ähm. Ich mach mal kurz ein Bild noch. Ja. Es ist zwar nicht so ein guter... Hä? Das buggt? Okay. Jetzt buggts nicht. So. Tschüss. 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 Tschüss.